Wir haben jetzt einige missverständliche und auch langweilige Beispiele von Unternehmen gesehen, wie man den ersten Satz vielleicht nicht machen sollte. Sie erinnern sich Alpha und Omega. Thriller-Autoren können sich das überhaupt nicht leisten, langweilig zu sein. Wenn Sie ein Thriller haben, haben Sie hier das Cover. Wenn das überzeugt, lesen Sie den Klappentext, zu dem kommen wir noch, und dann lesen Sie den ersten Satz. Das ist hier das Buch Final Cut von mir zum Beispiel. Bei Dan Brown haben wir das genauso. Erster Satz des Buches Illuminati ist Leonardo Vitra roch brennendes Fleisch. Zweiter Satz, sein eigenes. Der ist also nicht auf einer Grillparty, der ist in Schwierigkeiten. Und es geht sofort unser Kopfkino los. Wir wollen wissen, wer tut ihm das an? Kommt er da wieder raus? Was wird als nächstes geschehen? Und Dan Brown gelingen noch zwei weitere Sachen. Es wird sofort klar, in zwei Sätzen, was das jetzt für ein Genre ist. Das, was jetzt kommt, ist ein harter Thriller. Das ist nicht Flipper hat die Masern oder Donald Duck beim Zahnarzt. Das ist hartes Business. Und das muss Ihnen auch gelingen, in zwei Sätzen sich zu differenzieren. Der Anfang bei Thrillern ist immer extrem wichtig. Simon Beckett mit der richtigen Temperatur brennt alles. Holz, Kleidung, Menschen. Oder wie bringt man die menschliche Existenz mit dem Drama des Todes zusammen? Das macht Cody McFadden sehr schön. Der sagt, das Sterben ist eine einsame Sache. Das Leben aber auch. In der Bibel haben wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und das war's. Alles da. Gott, Anfang, Himmel und Erde. Und der macht nicht lange Steering-Komitees. Der schafft einfach. Am Ende muss er noch mal einen neuen Prototyp machen mit der Sintflut. Aber er setzt erst mal um und ist innovativ. Von daher überzeugen Sie gleich zu Beginn. Man hat niemals eine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu korrigieren. Als John F. Kennedy die Mondmission in den 60er Jahren verkaufen wollte, waren die Russen schon mit ihrem Sputnik im All gewesen. Und mit Gargarin auch mit dem ersten Mann im All, aber nicht auf dem Mond. Und Kennedy musste irgendwie den Kongress von der Mondmission, also wirklich einem Himmelfahrtskommando, überzeugen. Und er sagte eben nicht, wir müssen uns im strategischen Wettbewerb mit den sowjetischen Wettbewerbern positionieren und die Vorherrschaft über die Weltraumfahrt generieren, sondern er sagte einfach nur, ich möchte einen Mann auf den Mond bringen und sicher wieder zurückbefördern. Und das war etwas Neues. Weil der Mond ist immer schon verherrlicht, idealisiert, angebetet worden. Das war was Besonderes. Und es war klar, Mensch, Erde, ja. Mensch, Mond, nein. Und Kennedy sagte, Mensch, Mond, jawohl. Und der kommt auch wieder zurück. Ganz wichtig. Also er hat nachhaltig gedacht. Ein russischer Freund sagte mir mal, die Russen hätten wohl gesagt, wir möchten einen Mann auf den Mond bringen. Punkt. Ob der wiederkommt, ist doch egal. Hier unten haben wir Milliarden, da oben haben wir keinen. Bleiben wir mal in der Science Fiction. Vor 40 Jahren, 79, kam der Film Aliens in die Kinos. Und das war eigentlich auch eine Art Marktinnovation, weil es gab kein so böses Monster wie dieses Alien mit Klauen und Zehen und zwei Mündern und Säure als Blut und dieser sehr unromantischen Art der Fortpflanzung, wo dann am Ende so ein kleines Alien aus dem Bauch des Wirtes dann rauskommt. Also alles widerlich und unschön. Und das war eben neu. Das musste Ridley Scott, der das damals gemeinsam mit H.R. Giger, dem Schweizer Surrealisten H.R. Giger, entwickelt hat, irgendwie positionieren. Und es gab schon Star Wars, das war aber so ein bisschen Science Fiction Muppet Show. Ich meine, da gab es auch Aliens, aber die richtig bösen, das war das Imperium und die waren eher menschlich. Und dann gab es Star Trek, da gab es auch Klingonen, Vulkanier, die haben auch mal Krieg miteinander geführt. Aber eigentlich war Star Trek eher so eine Art, alle Aliens tolerieren sich gegenseitig, Multikulti-Universum. Und das musste Ridley Scott klar machen, dass der Multikulti-Begriff des Aliens ein ganz anderer ist, nämlich du kein Alien, du tot. Und er sagte eben nicht, eine im Vergleich zum Wettbewerber Star Wars und Star Trek durchgängig feindselige Kreatur, die in den Tiefen des interplanetaren Raums ihr Unwesen treibt, sondern er sagte einfach nur, der weiße Hai im Weltraum. Jaws in Space. Das hat mich so fasziniert, dieser Spruch, dass ich da auch ein Buch geschrieben habe zu Storytelling. Der weiße Hai im Weltraum, Storytelling für Manager. Und der weiße Hai im Weltraum, das war etwas Besonderes. Denn der weiße Hai, der war vorher gerade in den Kinos, der hat diversen Leuten den Sommerurlaub vermiest, der hat diverse Küstenhotels in die Insolvenz getrieben und sowas im Weltraum, das war etwas Besonderes. Von daher, wenn Sie etwas platzieren wollen, etwas Neues mit dem Alten verbinden wollen, überlegen Sie sich, was ist Ihr? Weißer Hai im Weltraum.